Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der erste Tag des dritten Semesters meines Pharmaziestudiums und ich kann es echt kaum glauben, dass mittlerweile schon ein Jahr rum ist. Auf jeden Fall habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt, was wir heute haben. Auf jeden Fall erstmal so eine Chemie-Vorbesprechung oder so. Unsere Stundenplan haben wir auch schon letzte, vorletzte Woche bekommen. Es sieht so semi-gut aus, also die Fächer interessieren mich jetzt größtenteils nicht so sehr, aber vielleicht lasse ich mich auch vom Gegenteil überzeugen. Das dritte Semester gilt bei uns auch als recht schwierig, vor allem eben auch durch organische Chemie. Also da habe ich wirklich ein bisschen Schiss. Aber naja, ich versuche mich konsequent über das Semester vorzubereiten und auch Sachen nachzubereiten, Karteikarten zu schreiben und dann werden wir mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ansonsten stehen montags auch noch ein paar andere Sachen auf dem Stundenplan. Aber ich weiß halt jetzt gar nicht, was wir heute alles haben. Also ich lasse mich einfach mal überraschen, weil bei manchen Sachen steht auch, dass die erst ab nächster Woche starten oder ab übernächster Woche. Und da muss ich mal gucken, ob ich inzwischen durch eine recht lange Pause habe oder keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall später wieder und dann werde ich von meinem ersten Unitag im dritten Semester berichten. Hi. Der Tag war bis jetzt schon mal semi-gut. Irgendwie bin ich nicht so eingestimmt auf das dritte Semester nach diesem Stundenplan und nach den Anweisungen, die wir jetzt bekommen haben, nach den Praktikumszeiten und so weiter. Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr hart. Und das, was alle sagen, das sagen wir nicht einfach so, weil es ein bisschen schwierig ist. Ein bisschen schwieriger als Abi, sondern weil es wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig ist. Keine Ahnung. Also ich werde viele, viele Wochen im Labor stehen bis 18 Uhr. Zumindest ist so die Zeit angesetzt. Ich weiß nicht, wie lange man letztendlich wirklich im Labor sein wird. Grundsätzlich dreht sich das dritte Semester um organische Chemie. Dann schreiben wir auch noch in Stereochemie eine Klausur und in Biologie und haben dann halt auch noch ein paar Zwischenprüfungen, Pflanzenbestimmungen und sowas. Naja, auf jeden Fall fängt nächste Woche unser Labor an. Und in dieser Woche haben wir sehr, sehr viel Chemie, also jeden Tag Chemievorlesung, um so ein bisschen in die organische Chemie reinzukommen, damit man halt im Praktikum nicht komplett ohne Vorwissen ist, sondern so ein paralleles Wissen aufbaut in der Vorlesung. Naja, nach dieser Chemie-Einführungsveranstaltung haben wir erst mal noch eine Dreiviertelstunde gewartet, um dann Anatomie und Physiologie zu haben. Problem nur, das fängt erst nächste Woche an, hat uns aber keiner so wirklich gesagt. Haben wir erst mal eine schöne Stunde mit Barten verschwendet. Und jetzt haben wir halt erst noch nachmittags einen Kurs, deswegen fahre ich jetzt nochmal nach Hause. Was soll man sonst machen? Keine Ahnung. Das Wetter ist jetzt auch nicht gerade so schön, um draußen zu chillen oder irgendwas. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich die ganze Zeit in die Bippe oder so zu setzen. Deswegen geht es nochmal ab nach Hause und dann nachher nochmal um 15 Uhr hierher. Und dann haben wir noch die Einführung ins Labor, beziehungsweise Sicherheitsanweisungen, irgendwie sowas. Das wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange dauern, aber der Tag ist auf jeden Fall ausgelastet, beziehungsweise allgemein werden die Tage sehr ausgelastet sein mit Uni. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Freizeit ich überhaupt noch haben werde. Also da würde ich das zweite Semester definitiv als entspannter einschätzen und das erste Corona-Semester ja sowieso. In Präsenz stelle ich mir das alles doch noch ein bisschen stressiger vor, aber man lernt natürlich auch mehr. Man hat mehr die Möglichkeit, sich in Dinge reinzufinden. Also für mich ist das halt schon so, wenn ich ein Praktikum habe, dann sehe ich das, was ich mache. Dann ist es für mich einfacher, als das nur in der Theorie durchzulesen. Aber trotzdem sind grob 170 Stunden Praktikum halt schon recht viel und ich frage mich wirklich, was man in der ganzen Zeit dann macht. Aber ein bisschen gespannt bin ich ja doch. Also wenn es jetzt mehr so in die Richtung Arzneimittel, organische Chemie geht, die meisten Arzneimittel sind ja organisch, dann ist das natürlich so ein Grundbaustein für die nächsten Semester auch. Also ich sollte in dem Semester nicht allzu sehr abkacken. Das ist auf jeden Fall auch nicht mein Ziel, aber trotzdem allzu sehr stressen und mein Leben komplett vernachlässigen möchte ich eigentlich auch nicht. Aber mal schauen, ich habe mir das Studium ausgesucht. Also man hätte damit rechnen können. Nein, ich weiß nicht. Also mal schauen, vielleicht wird es ja auch gar nicht so stimmen, wie ich jetzt denke. So, ich habe jetzt gerade ein paar Kleinigkeiten fürs neue Semester vorbereitet. Also neue Ordner auf meinem iPad angelegt, alles ein bisschen sortiert, ein paar Sachen ausgedruckt. Also ich bin noch nicht fertig, aber habe schon mal das Wichtigste erledigt. Dazu kam wahrscheinlich auch schon ein separates Video online. Also muss ich dazu jetzt wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Für mich geht es jetzt auf jeden Fall zurück zur Uni bei echt blödem Wetter. Ich habe gar keine Lust. Ja, mittlerweile sind schon wieder ein paar Stunden vergangen. Die Sicherheitseinweisung fürs Labor war jetzt so semi-interessant. Also ja, es wurden ein paar coole Bilder von brennenden Laboren gezeigt und sowas, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass uns das passiert. Aber zumindest können wir jetzt so ein paar Dinge, die man vermeiden sollte oder worauf man besonders achten sollte. Auf jeden Fall möchte ich jetzt eigentlich nicht ganz untätig sein, denn ich habe noch ein paar Sachen bezüglich Vorbereitung für dieses Semester zu tun. So leid es mir tut, aber so wie sich die Dozenten das vorstellen, dass man direkt am ersten Unitag sich ein fettes OC-Buch reinzieht und die Vorlesungen vorbereitet. Nee, also so weit bin ich definitiv noch nicht mit meinen Nerven. Wir haben, glaube ich, morgen nur eine Veranstaltung und das ist eine Vorlesung, die auch hybrid stattfindet. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich an die Uni fahre. Wahrscheinlich werde ich einfach zu Hause zuschauen. Okay, ich verbringe gerade meine Zeit damit, Sachen von PharmaziestudentInnen anzuschauen, die das dritte Semester schon vor einigen Monaten, Jahren abgeschlossen haben. Das ist zum einen für die Klausurenphase echt super gut und für die Klausurenvorbereitung, aber auch am Anfang, um erstmal einen Plan zu kriegen, worum es in den einzelnen Fächern geht und vielleicht schon mal passende Zusammenfassungen oder sowas zu finden, die man dann eben auch für die Vorlesung entsprechend nutzen kann. Finde ich eigentlich echt eine gute Sache und ich finde es auch toll, wenn man sich so gegenseitig unterstützt, weil irgendwie muss da ja jeder mal durch und man ist immer sehr dankbar, wenn man da irgendwas Passendes hat, was einem dann weiterhilft beim Lernen. Ich habe jetzt so grob die Ordner durchgeschaut, die es einfach von höheren Fachsemestern gibt. Es gibt wirklich einige Übersichten, die ich dann doch nicht so schön finde, dass ich mit denen auch lernen kann, deswegen lade ich mir die von vornherein gar nicht runter, weil es einfach sonst ein Informationsüberfluss wäre und ich gestalte mir an sich auch meine Notizen und Mitschriften gerne selbst. Deswegen komplett mit einer fremden Zusammenfassung lernen oder so würde ich nicht. Vor allem kennt man die anderen Personen ja gar nicht genau. Man weiß nicht, welche Fehler die vielleicht gemacht haben, was sie vielleicht falsch schon aufgeschrieben haben. Deswegen finde ich, man kann sich schon einen sehr guten Überblick verschaffen, aber nur mit alten Sachen sollte man eigentlich nicht lernen. Also man sollte auch mal in die Vorlesung gehen, das auf jeden Fall. Und im Praktikum lernt man ja auch wirklich einiges dazu. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass im dritten Semester jetzt wirklich schwierigere Sachen kommen, die weit über das Wissen der Schule reichen. Also bis jetzt konnte ich teilweise auch noch die Sachen aus meiner Oberstufenzeit anwenden beziehungsweise halt noch erweitern. Aber jetzt stößt man, glaube ich, auch zunehmend auf Themen, wo man vorher noch gar nichts davon gehört hat. Hi, guten Morgen. Gestern habe ich noch ein paar Sachen für das neue Semester vorbereitet. Und dann haben wir abends noch einen Film geschaut. Eigentlich wollte ich das Semester schon vorbereiten, bevor die Uni wieder beginnt. Jetzt struggle ich halt so ein bisschen, weil ich eigentlich zwei Videos machen möchte. Welche Videosequenz ich jetzt in den Vlog hier nehme und welche in das Vorbereitungsvideo für das dritte Semester. Auf jeden Fall haben wir heute um 14.30 Uhr unsere erste OC-Vorlesung. Und aufgrund dessen, dass es die erste Vorlesung ist, bin ich doch am überlegen, ob ich zur Uni fahren sollte. Aber naja, bis dahin habe ich auf jeden Fall noch ein paar Stunden Zeit, wo ich nochmal so ein paar Sachen vorbereite, auch so ein paar private Sachen für YouTube und so. Also ich möchte zum Beispiel heute meinen Laptop endlich mal endgültig einrichten. Also es gibt so ein paar Programme, die ich mir noch runterladen muss und generell so ein paar Sachen, die ich noch übertragen muss von meinen Dateien her. Wie gesagt, ich bereite mich gerade aufs neue Semester vor und ich habe jetzt meinen Stundenplan erarbeitet. Also eigentlich habe ich die nur so ein bisschen schöner gestaltet, aufgeschrieben. Ich mag das, wenn das ein bisschen persönlicher ist, mit Raum, Zeit, Fach, damit ich so einen groben Überblick habe von meiner Woche. Okay, ich habe die erste OC-Vorlesung hinter mir und ich habe wirklich Angst, was noch kommt. Also ich war wirklich überfordert. Also am Anfang ging es vielleicht noch, aber mit der Zeit, es wird immer schneller und es wird immer mehr und keine Ahnung, es ist halt jetzt auch nicht beruhigend, dass die nächsten Vorlesungen in OC vermutlich auch nicht besser werden. Aber naja, meine Hoffnung ist letztendlich, dass es mir in manchen anderen Fächern so auch ging, zum Beispiel in physikalischer Chemie oder auch mal zwischenzeitlich in Quanti oder so, wo ich mir wirklich dachte, das werde ich niemals verstehen, aber dann habe ich es gecheckt und dann ist es letztendlich gar nicht so schwer, wenn man dann einmal das wirklich verstanden hat und dann kann man es auch anwenden. Aber erst mal eben an diesen Punkt dann zu kommen, ich glaube, das wird nicht ganz so einfach. Ja, und ich denke, OC wird auch eine Vorlesung sein, die ich regelmäßig nacharbeiten werde. Also wo ich mir Karteikarten erstellen werde, eine Zusammenfassung oder zumindest versuche, den Stoff nochmal zu verstehen, den wir eben besprochen haben. Ja, ansonsten treffe ich mich jetzt gleich mit meinem Freund, denn er bringt sein Auto zur Werkstatt und dann kommt er wieder mit meinem Auto mit und wir fahren dann, glaube ich, erst einkaufen und dann einfach wieder nach Hause. Also wir haben jetzt kein spezielles Programm für heute mehr vor. Ich denke, ich werde dann irgendwie mal mein Video schneiden oder irgendwas anderes an meinem Laptop machen. Bezüglich Laptop einrichten bin ich auch noch nicht so ganz weiter gekommen. Also ich habe jetzt erst mal mehr so Uni-Sachen gemacht, Uni-Vorbereitung. Denn morgen ist auf jeden Fall ein langer Tag, wo wir dann auch das erste Mal Bio haben und ich brauche auch noch so ein paar Kleinigkeiten fürs Biopraktikum. Also zum einen müssen wir relativ viel ausdrucken, das habe ich jetzt zum Glück schon. Zum anderen brauchen wir aber eben auch so ein paar Sachen fürs Mikroskopieren. Aber ansonsten war es das erstmal für heute, denke ich. Heute ist ein Amazon-Paket für mich angekommen und zwar habe ich mir zum einen solche Glitzersteine bestellt. Ich hatte mega Lust drauf, weil ich da so ein Make-Up-Tutorial gesehen habe und irgendwie voll gerne auch mal was in die Richtung ausprobieren würde. Und dann noch eine neue Speicherkarte. Ich habe nämlich momentan eine mit relativ wenig Gigabyte, die dann halt auch schnell voll ist und das ist so ein bisschen nervig, deswegen noch eine zweite. Ich habe jetzt gerade meine Tasche gepackt für morgen. Wir haben wieder Präsenz-Uni und ich muss auch wieder relativ früh aufstehen. Also ich kann nicht so schön ausschlafen wie heute. Währenddessen habe ich auch noch so ein paar letzte Dateien von meinem alten Laptop auf meinen neuen übertragen. Problem ist nur, mein alter Laptop hatte so ein paar Störungen. Ich habe ihn wohl so ein bisschen überfordert mit den großen Dateien. Ich habe nämlich meine Videos überspielt, beziehungsweise die Videos, die ich zwar hochgeladen habe, aber die mir besonders wichtig sind. Ansonsten geht es für mich jetzt ins Bett. Wir gucken heute auch gar keinen Film mehr oder so, ist schon relativ spät. Ich war halt vorhin noch so ein bisschen produktiv, aber war auch etwas sehr lange am Handy und habe mich dadurch eben so ein bisschen abgelenkt. Aber naja, ich lasse Uni erst mal ein bisschen langsam angehen auf jeden Fall. Hi, guten Morgen. Ich habe auf jeden Fall gleich Bio. Da sollten wir auch so ein paar Sachen mitbringen, also zum Beispiel Objektträger, Spate, Zeichenvorlagen und sowas. Also vermutlich werden wir da heute auch schon so ein bisschen was machen. Dann weiß ich gar nicht genau, was noch auf dem Plan steht. Auf jeden Fall haben wir noch eine OC-Vorlesung, die zweite heute. Und eventuell haben wir heute Abend noch Toxikologie. Das ist eigentlich so ein Kurs fürs erste Semester, aber der hat damals bei uns nicht stattgefunden, weil so gesagt wurde, dass sie es versuchen aufs zweite Semester zu verschieben, dass es eben in Präsenz stattfinden kann und nicht nur online. Aber im zweiten Semester hat sich das dann irgendwie überlappt oder so, dass wir da nicht teilnehmen konnten. Deswegen müssen wir jetzt im dritten Semester Toxikologie 1 machen für die Anorganik und Toxikologie 2 für die organischen Stoffe. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie der Tag abläuft, wann ich was habe und ob ich das habe. Aber ich würde sagen, ich lasse mich mal überraschen und hoffe, der Tag wird nicht allzu scheiße. Ich bin nämlich nicht so motiviert. Ja, wie du siehst, bin ich gerade in der Bib. Und zwar habe ich ein paar Stunden, die ich überbrücke, weil ich von jemandem über Ebay noch ein Buch kaufen möchte und diese Person erst ab 19 Uhr zu Hause ist. By the way, waren wir heute auch in der Bib und haben uns sehr, sehr dicke OC-Bücher geholt, in der Hoffnung, dass die uns beim Lernen helfen. Ansonsten hatten wir heute Bio. Das lief so semi-gut. Also es zieht sich schon sehr lange hin. Das waren, glaube ich, vier Stunden. Wir haben am Anfang erstmal viel Theoretisches erklärt bekommen, vor allem wie ein Mikroskop aufgebaut ist, was man alles einstellen kann. Also man arbeitet zwar schon recht lange mit einem Mikroskop, sowohl im Studium als auch in der Schule, aber so richtig erklärt bekommen hat man es halt nie. Man hat irgendwie immer versucht, an irgendwelchen Rädchen zu drehen, in der Hoffnung, dass man dann besser sieht. Aber oft ist mir das eben nicht gelungen. Heute, wo ich jetzt die Einstellung wusste, ging das überraschenderweise echt schnell. Also hoffentlich wird das jetzt auch die nächsten Male so sein. Wir haben erstmal so ein Übungspräparat mikroskopiert. Und dann haben wir uns heute mit dem Thema Stärke beschäftigt, also Weizen, Reis, Mais und Kartoffelstärke. Und um eben die verschiedenen Stärkesorten zu identifizieren, muss man das eben unter dem Mikroskop anschauen. Ja, da muss man auch entsprechende Zeichnungen zu anfertigen. Aber eigentlich finde ich Bio, glaube ich, ganz cool. Also ich denke, der Kurs wird ganz entspannt, auch wenn die Klausur vermutlich nicht allzu leicht wird. Aber naja, ich denke, ich werde meinen Fokus jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht auf Bio setzen, sondern eher auf OC. Wir hatten auch vorhin noch OC-Vorlesungen. Ja, die lief jetzt nicht ganz so gut. Also ein bisschen was hat man natürlich verstanden, safe. Aber irgendwie hat mir so ein richtiger Einstieg gefehlt. Also man wurde gefühlt ins Nichts geschmissen. Und wie gesagt, ich sitze gerade in der BÜM und versuche mir das so ein bisschen selbst zu erarbeiten. Anhand meiner Notizen und auch anhand des Internets. Die schweren Bücher, die wollte ich jetzt nicht mitschleppen. Aber damit werde ich mich, denke ich, auch am Wochenende mal beschäftigen. Okay, also ich habe jetzt heute nichts Besonderes mehr gemacht. Ich habe nur noch ein bisschen Zeit mit meinem Freund verbracht. Wir haben entspannt gegessen, uns unterhalten, ein bisschen TikTok geguckt und sowas. Und jetzt ist der Tag auch schon wieder rum. Ich hätte zwar noch ein bisschen mehr für Chemie gerne gemacht, also noch ein bisschen mehr die Vorlesung nachbereitet. Morgen und am Freitag haben wir noch mal Chemie-Vorlesungen. Aber das ist noch die einzige Veranstaltung. Und die kann ich mir auch online anschauen. Also zumindest wird es immer aufgezeichnet. Irgendwie muss man das ja dann anschauen können. Ich möchte auf jeden Fall die Zeit morgen so ein bisschen sinnvoll investieren und mich mit organischer Chemie beschäftigen, um einfach mehr in die Themen reinzukommen. Ich habe gemerkt, dass mir das Nachbereiten wirklich geholfen hat, die Themen jetzt besser zu verstehen. Ich habe überhaupt mal gecheckt, worum es da geht, was da besprochen wurde. Manche haben sogar gesagt, dass sich jetzt die anfänglichen Themen schon in der Schule behandelt haben. Ich persönlich habe in der Schule davon noch nichts gehört. Aber trotzdem werde ich vermutlich irgendwie in die Themen reinkommen und die ein bisschen besser verstehen. Oder sollte es zumindest versuchen. Ich struggle halt wirklich schon am Anfang. Und da frage ich mich wirklich, wie es dann wird, weil die Themen ja dann immer schwieriger werden und so, denkt man zumindest. Aber darüber möchte ich mir auch erst in ein paar Stunden Gedanken machen. Und noch nicht jetzt, denn jetzt geht es erstmal ins Bett. Hi, ich sitze schon seit heute früh an meinem Schreibtisch und beschäftige mich mit organischer Chemie. Ich arbeite da momentan einfach dieses Buch, wo so ein paar Grundlagen drinstehen durch. Da muss ich sagen, hatten wir jetzt in der Vorlesung auch einiges schon ausführlicher. Aber einfach um so einen kleinen Einstieg zu bekommen, der mir jetzt in der Vorlesung so ein bisschen gefehlt hat. Schadet es vermutlich nicht, das Buch so ein bisschen durchzuarbeiten. Ich mache mir auch parallel Notizen zu Dingen, die ich noch nicht wusste. Oder die mir ein bisschen bekannt vorkamen aus den ersten Semestern. Heute früh war auch eigentlich OC-Vorlesung, aber ich bin ja nicht nach Münster gefahren. Sondern die wird irgendwann heute vermutlich hoffentlich noch hochgeladen. Aber ich sitze erstmal hier mit dem Ziel, ein bisschen mehr von OC zu verstehen. Beziehungsweise auch die ersten beiden Vorlesungen nachzubearbeiten. Okay, das mache ich jetzt gerade ein bisschen weniger mit dem Buch, sondern wiederhole eher die Dinge. Beziehungsweise gucke mir auch so ein paar andere Sachen, Mechanismen an, um vielleicht die Vorlesungen ein bisschen besser zu verstehen. Also ich lese das Buch jetzt auch nicht richtig, sondern überfliege das wirklich nur grob. Und wenn mich irgendein Thema interessiert oder wenn ich irgendwas für wichtig achte oder es auch schon mal gehört habe, schon mal gelesen habe, dann lese ich mir eben den entsprechenden Part dazu nochmal durch und das hilft mir dann schon mal ein bisschen. Ich habe jetzt einfach meine Mitschriften aus dem Buch ins gleiche Dokument gepackt, wie die Vorlesungsnachbearbeitung. Ich denke, ich werde mir in den nächsten Tagen auch nochmal irgendwie Karteikarten erstellen, indem ich dann einfach meine Notizen kopiere und entsprechend in sinnvolles Karteikartenformat verpacke. Ich weiß noch nicht genau. Mittlerweile habe ich auch langsam Hunger. Davor würde ich mir aber gerne eine To-Do-Liste schreiben, damit ich nicht so komplett lost in meinen Büchern versinke, sondern so einen groben Plan habe, was ich heute noch zu erledigen habe. Okay, ich habe meinen Zeitplan nicht so ganz eingehalten. Es ist nämlich mittlerweile schon wieder 17 Uhr und eigentlich wollte ich um 16 Uhr eine Pause einlegen. Ich bin jetzt aber komplett durch mit den Themen von den letzten beiden Vorlesungsstunden. Das hat super lange gedauert. Ich finde es halt irgendwie richtig schwierig, in diese Themen reinzukommen und weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll und was ich mir jetzt genauer erarbeiten soll, weil wirklich viele Fragezeichen in meinem Kopf stehen. Ich muss aber sagen, ich habe heute wirklich einen besseren Durchblick bekommen, wenn auch erstmal nur über die Themen, die wir schon hatten. Die Vorlesung für heute habe ich mir noch nicht angehört. Ich würde es aber eigentlich gerne heute noch machen, wenn die heute schon hochgeladen wurden, das weiß ich nicht. Aber jetzt mache ich erstmal eine Pause, so wie es auch in meinem Zeitplan steht. Ich denke, ich werde mich irgendwie ein bisschen schminken, habe Lust, TikToks zu machen und auch ein paar Bilder. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Abwechslung zwischendurch. Das Wetter ist nicht so schön, also sehr windig. Habe ich auch nicht wirklich Lust, rauszugehen. Ansonsten habe ich mir bis jetzt erstmal nur meine Zusammenfassung für OC geschrieben und ich bin jetzt schon bei sechs Seiten oder so. Es ist nicht wirklich eine Zusammenfassung, es ist einfach nur das Skript so ein bisschen schöner gestaltet. Ich habe mir das alles nochmal herausgearbeitet, habe auch einige Videos dazu angeguckt, um die Themen besser zu verstehen, habe ein paar Sachen nachgelesen und jetzt habe ich den Großteil erstmal so grob verstanden. Okay, ich habe mich vorhin ein bisschen geschminkt und habe ein paar Bilder gemacht und so weiter. Ich habe anschließend ein bisschen im Bett gechillt, am Handy und habe meine Vorlesungen noch nicht angeschaut. Ich fühle mich etwas unproduktiv, weil ich die einzige Sache, die eigentlich heute so auf dem Stundenplan steht, nicht erledigt habe. Ich könnte es zwar jetzt noch machen, aber seien wir mal ehrlich, wer hat um 20 Uhr dann auch Lust zu... Ich werde jetzt einfach einen gemütlichen Abend machen und morgen werde ich dann einfach die Vorlesung von heute anschauen und übermorgen dann die von morgen. Ich denke mal, so sollte es funktionieren. So am Wochenende mache ich ja auch immer ein bisschen was für die Uni. Ja, das dritte Semester soll es halt schon in sich haben. Von daher möchte ich da erstmal mit so gut wie 100% meiner Kraft rangehen. Und das werde ich vermutlich auch brauchen, denn ich glaube OC und Biologie und so, das ist alles nicht meine Stärke. Naja, auf jeden Fall werde ich dann morgen nochmal den ganzen Tag nutzen, um zu lernen. Beziehungsweise um die Vorlesung anzuhören, um mir Sachen zu erarbeiten, um mal in die richtigen Bücher reinzuschauen, in die dicken OC-Bücher. Ja, ich würde eigentlich sagen, das war es mit meinem Video. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht so spannend war, aber die erste Woche ist halt auch mehr so eine Organisationswoche. Man muss erstmal wieder reinkommen ins neue Semester. Es finden viele Info-Veranstaltungen statt. Man muss erstmal die neuen Fächer kennenlernen. Und ich selbst weiß ja auch noch gar nicht genau, wie ich dann lernen soll und in welchem Fach ich mir jetzt Karteikarten schreibe, wie ich lerne. Ja, nächste Woche beginnt dann auf jeden Fall auch Labor. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Dann werde ich auf jeden Fall nicht mehr so viel freie Zeit haben. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht so optimistisch, dass ich nach dem Labor noch viel Zeit haben werde, um die Vorlesung nachzubereiten. Beziehungsweise ist man einfach nicht mehr wirklich motiviert, um sich noch hinzusetzen. Ich nehme mir auf jeden Fall viel vor fürs neue Semester. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat mein Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bis bald. Bis bald.